Was geht ab meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 29.200 US-Dollar, heftiger Crash gestern, aufgrund von Fake News, die werden wir auf jeden Fall heute nochmal besprechen, beziehungsweise uns nochmal ein bisschen genauer angucken, was das generell an unserer, sag ich mal, momentan bullischen Phase ändert oder ob wir jetzt doch wieder von 25.000 US-Dollar ausgehen, das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Außerdem, kleines Trade-Update werde ich auch noch dazugeben und ob vielleicht sogar doch wieder die 40.000 US-Dollar-Marke interessant werden. Ja, doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf Updates oder sonstiges, Signale, wie auch immer. Seht ihr schon, kommt eine Menge, momentan ein bisschen viel Content, aber kommt da gerne rein, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und noch, was im eigenen Sinne, momentan hat BingX eine kleine Einzahlungsaktion, seht ihr schon, da könnt ihr allein nur, wenn ihr einzahlt 300 US-DT, kriegt ihr einen Free Trade in Form von 100 US-DT mit einem 10er Hebel. Also auch da könnt ihr ein bisschen was draus machen mit einem 10er Hebel, lässt sich ordentlich was machen, nur dass ihr hier einzahlt. Einfach unten mit dem Link registrieren und dann seid ihr da schon dabei. Kriegt aber natürlich auch weiterhin noch die Free Trades, wenn ihr euch über diesen Link registriert. Gilt aber natürlich auch für alle, die schon dort registriert sind. Also schaut da gerne vorbei, finde ich eine richtig coole Aktion, geht glaube ich noch so viel. Ich weiß bis zum 5. Mai, jo genau, bis 5.5., also macht da gerne mit. Gut, ja, was ist passiert? Im Endeffekt gab es gestern so ein paar kleine Fake News. Es hieß, dass Mt. Gox ein bisschen Bewegung reingebracht hat. Man kann sich das ja hier mal ein bisschen auf Twitter angucken, ich habe mal was rausgesucht vom Host. Egal, was man von ihm hält, Infos sind auf jeden Fall da. Der Crash runter war angeblich auf eine Wallet-Bewegung von US-Behörden und den Abverkauf weiterer Mt. Gox-Coins zurückzuführen. Gerüchte, die sich mittlerweile als falsch bestätigen und das haben wir auch gleich im Chart gesehen. Ordentlicher Abverkauf innerhalb von Minuten, kann man ja hier ganz ehrlicherweise sagen, ging es hier ordentlich bergab. Wir können uns das mal ganz kurz prozentual gucken. Es ging hier zeitweise knapp 8.5% nach unten und sofort wieder aufgekauft. Da war auch gestern noch ein bisschen Bewegung in der Gruppe drin, das habe ich auch mitbekommen. Manche, muss ich auch dazu sagen, haben das Short-Signal gestern, weil ich glaube, ich hatte es für 30 oder 40 Sekunden offen, war das Short-Set ab 29.400. Das war hier das Golden Pocket, wo wir eben gestern darüber gesprochen haben, von dieser Abverkaufswelle des Golden Pocket. Manche haben es mitgenommen, sie wurden zum Glück nicht ausgestoppt. Der Stop-Loss war bei 30.100, also 70 Dollar. Wurden wir hier nicht ausgestoppt. Mir war das aber für die Allgemeinheit ein bisschen zu riskant. Deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Aber trotzdem für alle, die es mitgenommen haben, Glückwunsch. Mittlerweile ist dieser Short aber komplett zu. Das habe ich auch gestern in der Gruppe wiederum gesagt. Wir haben hier in dieser Struktur zumindest kein tieferes Tief mehr gesehen. Klar, ein Wig, um die Liquidität abzugreifen. Das heißt, alles, was gestern passiert ist, nach oben, wurde wieder abverkauft. Und dann haben wir eben diese Gegenreaktion bekommen, nachdem es sich um Fake News gehandelt hatte. Für mich ist es aber ein bisschen mehr. Wir greifen uns hier unten die Liquidität ein bisschen ab und versuchen hier im Endeffekt die ganzen Longs und Shorts eben in beide Richtungen erstmal auszuspielen, bevor wir eine neue Bewegung sehen. Das haben wir jetzt dann eben bekommen. Deswegen sind wir wieder bei 29.200 US-Dollar. Wichtig, was ich gestern noch in die Telegram-Gruppe reingeschrieben habe, wo haben wir es ein bisschen weiter unten, dass hier die 29.200 US-Dollar, die sollten wir brechen. Und das schließen wir eben daraus. Ich zeige euch auch mal hier ganz kurz das FIP-Level von eben diesem Abverkaufs-Level. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Seht ihr auch hier, okay, hier ist das Golden Pocket. Wir haben es jetzt schon mehrfach durchbrochen. Das scheint für mich jetzt eher so ein bestätigtes Breakout dann zu sein. RSI haben wir im 1-Stunden-Chart auf jeden Fall noch ordentlich, ordentlich Platzvolumen, geht ein bisschen raus. Also immer noch ein bisschen vorsichtig. Ich tendiere aber hier weiterhin eher zu Long-Positionen. Ich bin gestern bei 27.400 erstmal long gegangen und für ein offizielles Signal warte ich aber noch, ob wir uns gegebenenfalls diesen Wig hier unten bei der 27.200 noch einmal holen, um dann hier so eine Art doppelten Boden zu bilden, um dann Richtung 32.400 US-Dollar zu kommen. Sollten wir es jetzt hier oben nicht drüber schaffen, weil wir haben die Ineffizienz, fängt hier oben bei ungefähr 29.500 bis 29.600 US-Dollar an. Sollten wir die einfach nur füllen und dann auch noch tiefer schließen, das heißt wir kriegen hier keinen neuen Impuls nach oben mehr rein, dann sieht es eher für Short aus und wir könnten uns hier kursfristig oder sogar mittelfristig, wenn die 25.000 US-Dollar-Marke wieder interessant wird, nach unten orientieren. Also ihr seht, das ist momentan ein bisschen Gewusel hier im Chart. Das Einzige, was man jetzt erstmal machen könnte oder sollte, ist erstmal abwarten. Wir haben Donnerstag, heute kommen noch Arbeitslosenzahlen, die die Kurse auch nochmal ein bisschen beeinflussen könnten. Und was ich auch noch gefunden habe, das US-Schuldenlimit wurde einmal erhöht um weitere 1,5 Billionen Dollar. Das heißt, free money for the world oder im Endeffekt druckt einfach wieder weiter Geld und macht das Wert noch wertloser. Das kann natürlich auch für Bitcoin die nächsten Monate auch wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen geben, beziehungsweise für die Gesamtmärkte momentan, auch wenn eine Bank nach der anderen Pleite geht. Aber das soll uns nicht interessieren. Zum Glück sind es nur amerikanische Banken, aber trotzdem vertraue keiner Bank bei Bitcoin. Be your own bank, sagt man auch immer so schön. Ich glaube, das trifft hier sehr, sehr gut zu. Ja, das ist jetzt wie gesagt erstmal so das kurze Update zu Bitcoin. Wir warten jetzt erstmal hier, ob die Ineffizienz gefüllt wird. Sollten wir ein höheres Hoch reinkriegen mit Schlusskurs, das heißt über 30.028 US-Dollar, dann sieht die ganze Sache sehr, sehr bullisch aus. Und ich gehe mindestens von unserer Marke von 32.400, wenn ich sogar 40.000 US-Dollar aus. Aber wie gesagt, das ist alles noch ein bisschen Spielerei. Wir warten jetzt erstmal. Ihr seht da unten die Long Liquidität oder das Volumen, was hier unten reingekommen ist, ist ordentlich. Also da müssen wir wirklich aufpassen. Hier unten, da liegen eine Menge Stop Losses unter diesem Bereich. Also diese Marke sollten wir uns auf jeden Fall mal merken, auch für einen gegebenenfalls neuen Long Einstieg. Dann gut, das war es erstmal zu Bitcoin. Wir können nochmal ganz kurz die Daily Candle angucken, wie die aussieht. Sieht ziemlich geil aus, zumindest hier auf diesem Timefirm, die davor und die jetzige. Hier also sehr, sehr geil momentan nach jetzigen Stand. Aber wir müssen hier wirklich über diese Marke von 30.000 US-Dollar wirklich drüber schließen, damit wir hier sagen können, okay, wir sind noch in einem Aufwärtstrend. Ansonsten bestätigt sich genau das, was wir eben angesprochen haben die letzten Tage immer wieder, Head & Shoulders Chart Pattern. Das ist noch nicht invalide, auch wenn wir eine höhere rechte Schulter haben. Heißt noch nichts. Die Chance ist immer noch da, dass wir hier eben nochmal einen Abverkauf sehen. Also, wir brauchen dieses höhere Hoch auf Daily Sicht 30.200 oder 30.160 und in den kleineren Timefirm es auf jeden Fall 30.080 US-Dollar. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es denn dort aus? Im Endeffekt das gleiche Bild auf Daily. Sieht ziemlich, ziemlich ugly aus, aber irgendwie auch ein bisschen geil. Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Auf jeden Fall, vom FIP-Level her, habe ich gestern schon mal ein bisschen rumgespielt. Wir sind hier ans 0,5er FIP-Level gekommen. Dann kam eben dieser Abverkauf gestern Abend und es ging deutlich, deutlich bergab. Wir haben uns die Liquidität unter diesen Tiefs geholt. Auch hier habe ich ehrlich gesagt da nicht mehr einen Blick gehabt. Also, das war mir ein bisschen zu blöd, das auch noch Ethereum zu traden. Nach solchen Moves bleibe ich lieber bei Bitcoin erst einmal. Wichtig wird die Reaktion hier oben sein. Für mich, wir haben gestern schon drüber gesprochen, ist das Ziel die 2050 Maximum. Erst einmal sollten wir uns hier oben stabilisieren. Dann sieht das Ganze gut aus, weil wir hier oben eben auch noch die Ineffizienz haben. Da hätte eigentlich Ethereum gestern auch noch mal ein bisschen nachziehen können, meines Erachtens nach. Aber da seht ihr auch, okay, Bitcoin gibt momentan den Ton an. Das Einzige, was mir hier ein bisschen besser gefällt, ist das Volumen, das hier die letzten 2-4 Stunden kennt. Das ordentlich, ordentlich gut war. Auch mit schönem Schwung nach oben. Aber das heißt natürlich auch, unten in diesem Bereich liegen auch eine Menge Stop-Loss-Orders. Das heißt hier unten in diesem Bereich 1783. Das würde dann wiederum zu unserer kleinen Zone passen, die wir ja schon vor ein paar Tagen immer mal wieder angesprochen haben. 1764 bis 1750. Also da ein bisschen aufpassen, weil das Volumen in den kleineren Teilen auch schon rausgeht. Ineffizienz wurde hier fast auf den Dollar genau erst einmal gefischt. Also auch hier könnte es wirklich sein, dass wir minimal noch steigen, so wie bei Bitcoin. Und dann erstmal nochmal so eine kleine Trendumkehr machen, um den Wick hier unten zu holen. Kein tieferes Tief. Und dann nochmal einen ordentlichen Move nach oben. Also ihr seht, ist ein bisschen ausgeglichen für die 50-50-Chance momentan. Ich würde mich jetzt erst einmal ein bisschen zurückhalten an eurer Stelle. Wie gesagt, Short war mir gestern zu riskant fürs Offizielle. Wer es mitgenommen hat, Glückwunsch. Aber ansonsten gibt es ja ehrlich gesagt nicht viel zu feiern, weil es kein offizielles Signal war. Long bin ich ein bisschen in Planung, aber das wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen hinziehen, weil ich jetzt erstmal so ein bisschen die nächsten Stunden abwarten will. Ja, dann war die Frage in der Gruppe nach Gold. Gold bin ich ganz ehrlich, bin ich noch ein bisschen unschlüssig, ob ich hier oder wann ich hier in den Long reingehe. Mir gefällt die Struktur an sich, ja. Aber ich tue mir hier momentan ein bisschen schwer mit Einstiegen zu finden. Klar, der Aufwärtstrend ist intakt, das Volumen passt eigentlich. Aber ich bin hier noch ein bisschen fraglich, wann ich hier in den Trade reingehe. Eventuell dann heute Nachmittag, wenn die News zwecks der Arbeitslosenzahlen rauskommt. Gut, dann war es das erste Mal dazu. Würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz kurz zu den News rein. Bitcoin steigt auf 28.000, werden die First Republic Bank strahlrollt. Also auch hier seht ihr immer mal ein bisschen News auch über solche Banken. Aber dafür, ja, wenn ihr die News aktuell haben wollt, gerne in die Telegram-Gruppe kommen oder direkt bei CryptoGuru vorbeischauen. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, schaut euch das New Eternal Live Presale Video an. Haben sich schon sehr, sehr viele, kommen immer wieder auf Fragen auf mich zu. Also schreibt mir auch gerne an, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Presales oder sonstigen habt, schreibt mich da gerne an. Also ich antworte da relativ flott. Und ansonsten kann ich euch das nur empfehlen. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal diesen Tag ab. Ansonsten Telegram-Gruppe reinscheuen, Like da lassen, Abo da lassen. Und wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.